War es mehr so eine natürliche Entwicklung? Super Frage, liebe Claudia. Und da gab es tatsächlich was. Also ich glaube, bei mir waren es mehrere Faktoren. Also zum einen, die erste Bank, bei der ich war, da war ich fast, also da war ich über 15 Jahre. Und da bin ich so eigenes Gewächs gewesen und bin dann eben Karriereleitern hochgestiegen. Bis an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, da geht es für mich nicht mehr weiter. Und da kam dann noch dazu, dass ich auch eine Sinnkrise bekommen habe, weil es ging in diesem Unternehmen, das dann relativ groß war, mittlerweile durch Fusion. Also normal hat so eine Regionalbank oder die, bei der ich angefangen habe, hatte 30 Mitarbeiter. Durch Fusion waren es dann 300 und es ging immer mehr um strategische Auseinandersetzungen als um die Sache. Und da habe ich schon eine Sinnkrise bekommen und ich habe also wirklich drüber nachgedacht, was ist eigentlich mein Purpose? Was ist denn, warum bin ich denn auf dieser Welt? Und warum passt mir das jetzt gerade nicht? Ja.